Das Thema Wellness im Abferkelbereich ist in aller Munde. Die Tiere im Abferkelbereich haben zwei verschiedene Zonen. Die Sau möchte es kühl, die Ferkel möchte es warm. Nicht immer müssen es Edelstahlabdeckungen oder verzinkte Abdeckungen sein. Eine isolierte Abdeckung mit einer XPS-Platte, die mit 0,6 mm PVC beschichtet ist, tut hier hervorragende Dienste. In diesem Falle haben wir auf eine Infrarotlampe völlig verzichtet. Die Tiere gehen zur Wärme. Die leichten XPS-gefüllten PVC-Platten werden verklebt und sind damit optimal waschbar. In diesem Falle eine Abdeckung für zwei Ferkelnester. Aufgrund des geringen Gewichts ist eine zentrale Betätigung über einen Stellantrieb sehr einfach möglich. In diesem Falle hat der Kunde die Anlage sogar in Eigenleistung montiert. Der Stellantrieb hat keine Mühe wegen des geringen Gewichts der Abdeckung. Die Klappen zentral zu öffnen und einen Blick auf die Ferkelnester freizugeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 hat der Kunde nicht besagt, sich er taxes beép Unidos drauset und einen typischen Absprung stellen. fugit Auch Erhard ist der Meinung, hier fühlen sich die Ferkel sichtbar wohl. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.